so movie wieder am start hier eventuell werde ich jetzt meister wenn wir die runde gewinnen so eine meister movie am start ich habe noch keinen auf meister ich hab ja jetzt habe ich mein dampfwort vergessen so minuten zum start wir haben ein shinigami auf der linie ein shinigami weißt du nicht was ein shinigami ist? ne ok muss dann mal weg schon wieder rev it in phase, ekelhaft kriseln wir die bitch einfach boah die kris ist gut was geht das mit dem shinigami? oh passe scheiß mich hier nicht an alter ich bin schon fast rip ey ich will doch nur ep haben ich will doch nur ep haben warum ist denn dieses morigashi so tanky? irgendwie ein highlight token oder so drin? ja da hat man meistens auf der offlane mit diesem toni nein man hat man den muri am stand mit viademen des todes alter bringt das eigentlich was? ja bringt sogar was nice ok ich kann wenn morigash mich vergiftet kann ich mir einfach ein schild geben und dann von meinem schild abziehen ich dachte eigentlich das überschneidet sich irgendwie ne weil das war doch ein last hit gerade boah diese giftbomben nerven schon gut ja das mit der map musst du noch ein bisschen verinnerlichen lachsacken gold 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 ups nein du bist links ne? ja ich seh dich gar nicht quieselst du dich hier wiederum ne? alter die rakete hat nicht getroffen mach keinen first blood hier für die gegner Rusty du 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 auw wero ja nein ich bin daneben gesprungen Er blockt mich. Nein. Er stirbt auch. Oh, Sonic. Jawoll, er ist auch tot. Er ist auch tot. Juck, Wiesle. Morigash ist echt krass am Deffen, ey. Und Level 3. Ja, Lachsi, das lernst du noch. Wow, fuck. Kommen sie da einfach zu dritt um die Ecke oder zu zweit? Hey, heilige Scheiße. Wow, 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 wow. Fuck. Hey, ist immer noch ein Wort? Oh, nee. LOL. LOL, war das Fail. Okay, Mara hier am Starten. Was stimmt mit euch nicht, Mann? Garuk. Ja, wir brauchen Wards auf jeden Fall. Dann kauf dir Wards, du bist der Support. Ja, ja. Und Hilfe braucht Mitte. Äh, Mitte braucht Hilfe. Ich brauche noch einen Punkt, dann port dich back. Oh, es ist ein RIP. Nice. Ach unsere. so ich hab gruppen diadem jetzt, also übergreifen das weiter weiter leute ich sehe nix ich sehe überhaupt nix alter im tower geblindet gerutet alles die hätten weitermachen müssen ich muss wieder rechts die hätten da eben weitermachen müssen scheiße ich kann auch nicht stellen oh fuck achso fuck es ist übelst warm mal gucken ob das, ich bin ja auf mittwoch in einem neuen studio hoffentlich haben die ne klima fitnessstudio oder was? ups oh weg 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 rückzug das war ein falscher pink aber egal 2-5 läuft bei uns würde ich sagen ja mein tower geht jetzt auch rück hmm der chimera macht gute inks hier ganks whatever gleichwertig gepinkt ich brauche mana unbedingt ey braucht man ja nen tower da, wie kann die denn so lange nen tower halten ja murgesche deft richtig gut ich hab nur kein mana ja mein tower ist ripped der vielleicht jetzt auch ulti ready nee der wird nicht rappt wobei wenn tu oh es ist der gegnerische hoey weg da alter ich hab's noch gepinkt der war nicht gut alter wow hab ich mich erschrocken äh 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 mein ding bugged what the fuck ah jetzt wird es ah will ich nicht komm scheiß drauf hmm no taktik ultimate oh 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 wer ist denn das hier warwitzer mine danke ja jetzt stimmt er oder was versuchen rechts rein zu einfach nur ne mine und dann rausgehen hätte doch schon gereicht hier wird abdach wisst ihr das? witziger Affen ich brauche ja quasi nur eine Kontaktlinse alter nur nen linken Auge für hier auf dem Bildschirm zu gucken reicht mir das komm tower geht doch hier geht links ich gehe rechts lane strip schreibt es mal am besten wir haben raptoren gemacht fuck backbump backbump hmm okay ich bin rip alter ja komm ich rette dich alter was ne ulti nein hör mal hier den links auch nein geht das camp noch du musst rechts sonik ah ist jetzt zu spät ich muss eh erst back the tower rip bei mitte wird wieder ah ok ist weg und rip den turm haben wir auch mal kurz hier weggemacht sehr schön ich gucke dass ich vielleicht noch rechtzeitig zum rechten komme russidoc 1-6-0 läuft bei ihm läuft bei dir kurz läscher schüpp maus bauen so läscher schüpp maus gebaut oh morigash kommt hier hin hallo du fiese sau ne der hat sich übelst verraten alter oh scheit alter what the fuck was war das ey der burst gerade da haben warts gefehlt ey wussten nicht dass da noch einer von hinten kommt ey warts fehlen ist immer schlecht ja der kam halt direkt durch den jungle gesneakt die jinn weggeplatzt ist alter ja hau ist er wieder tot ich stelle jetzt hier mal ein wort ne der überlebt noch ne oder ach du kamero von der seite oh je ich muss meine ulti zünden und tot alter die ulti war gar nicht mal so schlecht von mir gerade obwohl ich escape ulten musste vier neun ne ich komm kurz ja wobei ich brauche ein schild ich brauche ein schild wenn die mich gleich ultet komm zu mir ja danke ja super Achtung alter ne ich habe nichts ready kein mana nix ich bin rep vier leute hier alter was war mit dem tower los der hatte gar nichts mehr oder wie ja das war doch euer tower so ja keine ahnung ich lache wie sonic aufs maul bekommt krampi du hast eine runde heute nur gewonnen ne oh ah der rusty dog 1 7 sind die raptoren noch da? hmmm sollten mal lucky lucky machen ne ne die machen ne die machen doch nicht die kommen alle rein ich würde dann nicht falten ich würde dann nicht falten der seine unterzahl 3 jao ich würde geholtet hol den t2 versuch's ja weil die sind alle raptor nur einer könnte oder ich glaube ja hier kommt schon einer 2 jahre fuck tschüss hm was mit den raptoren da? Ja, lass machen. Boah, jetzt bin ich. Hier sind immer noch zwei Leute bei mir. Jetzt könnt ihr das mit Überzahl-Fighten da. Na, ich kann ulten. Ja, mach Raptoren, Alter. Ja, Jin läuft zu dir. Ja, lass Raptoren machen, komm. Hier, die sind miss. Hm, die sind bei uns scheiße. Boah, fuck, Alter. Ja, wo kommt der Kamero jetzt noch her? Ja, der kam so von der Seite angesprungen, ey. Komm, mach den Innebrauch noch, ey. Ich hab kaum Minions hier. Hm, hau ab, die kommen. Von bei. Phase kommt zu dir, aber die kann ja eh nichts ausrichten. Na, den Inneb hab ich. Hm, nice. So spiele ich Greystone. Hm, 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 hm. Boah, ich brauche Hilfe links. Ich krieg das nicht alleine gedefft. Ja, hau jetzt erst mal bei dir. Ach, der war nicht schlecht. Ich geh jetzt wieder links, geht ihr wieder rechts. Okay. Oder jungles oder so, keine Ahnung. Ja, pass auf bei dir. Ja, ich hab den jetzt genommen, bevor der es nimmt. Pushmatter. Ja. Revenant ist hier, er kann mitte pushen. Einfach mitte pushen, einfach mitte pushen. Keine Minions. Oh, shit. Kamera ist recht. Ja, fuck, ich muss backporten. Wow, fuck. Ey, ihr müsst doch da vier gegen, vier gegen 100 sein. Äh, wir gehen hier rechts. Zwei waren links, einer war rechts. Warum habt ihr die Mitte jetzt nicht gemacht? Ey, da waren keine Minions, deswegen. Ihr wart vier gegen zwei. Ihr habt keine Minions. Ohne Minions geht da nix. Trotzdem. Hä? Da muss man einfach diven, Alter. Da kamen ja die Ding noch von hinten, die Murigesh. Ey, wir hatten vier gegen zwei. Da waren Howitzer und eine Murigesh. Revenant und Face waren links und Camero war rechts. Hm. Die machen Raptor, glaube ich, ja. Einer ist weg. Ja, dann rein. Alter, wer blockt mich denn da? Alter, jetzt fangt die Scheiße an. Hm. Hm, hm. Ich bin ein Hauitzer. Ulti. Ich bin rappt. Du brauchst, wo seid ihr denn jetzt, Mann, die die Raptoren? Lol. Nee. Ist dir überhaupt nix? Lauf, lauf, lauf. Ich bin rappt. Ja. Ja, ihr müsst mir auch helfen, Alter, wenn ich reingehe. Ja, du bist zu früh rein. Kommt ja noch. Nö. Das Camero noch. Fight it, fight it, fight it, fight it. So, und jetzt geht ihr mit dem... Raptor, Raptor. Nee, Raptor, zitt weg. Push Mitte. Ja, Camero left links und ihr macht Mitte. Jetzt mit Tower muss er weg. Und dann direkt auf die T2. Joil, die Minions machen den Kern. Dann hau jetzt da. Der hat keine Ulti mehr. Ja, dann geht zurück. Da ist noch ein Raptor. Ich baue noch einen Punkt, dann habe ich Ery den rein. Sehr schön. Sehr schön. So, Ery den rein am Start. Ist ja blöd. Ist Gold gehört? Zwei Gold. Zwei. Nice. So ein Free Raptor. Hey, wo ist denn hier der Ward? Ach, da oben. Nö, warte, ich mach. Camero springt da hoch. Oh, Revenant hier irgendwo. Die Bonds, oder was? Ja, der steht hier oben. Hier sind zwei bei mir. Sehen nichts mehr. Kann sein, dass sie runterfallen. Ja. Der springt runter. Er ist tot. Mach ihn. Das ist nicht euer Ernst. Der läuft hinten lang. Ja. Der muss an mir vorbei, oder? Ja, dann geh einfach rechts irgendwie oben lang. Dann die Minions mit Camero pushen rechts. Er puttet back, Herrweil. Hast du ihn? Ja, er ist down. Was ist mit rechts, Alter? Rechts ist free. Boah, ein Tick noch, dann wäre Smokey gestorben, glaube ich. Alter. Ja, ich glaube, dass er diesen Buff oben hatte. Diesen Morgash. Black Buff ist ab. Fuck. Ich versuche, den irgendwie zu holen. Das ist kein Black Buff. Nicht? Das war mal ein Black Buff. Ach so, ja. Geil, hab jetzt Flussstärkung. Easy peasy. Kamera hier. Boah, hau ab da. Da kommen alle. Ja, ich bin RIP. Ja. Komm zu mir. Nein. Der fucking lebt noch. Rossa, rossa, rossa. Oh, Rusty ist drin. Ja, rein, komm. Komm zurück. Ich muss links treffen. Nee, lass zurückgehen. Ist keiner von denen gestorben. Ja, wir haben noch T2 am Start, ey. Bleib einfach mal bei Smokey. Jokey. Wie, einfach gar keiner jungelt, alter. Hm. Ich hab das mal übernommen. Das ist sehr niedlich von hier. Und vielleicht deren Jungle worden oder so. Oh, 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 Rusty, 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 Rusty. Komm, Smokey Jokey. Bei denen jungelt auch keiner. Geht mal ein bisschen zurück. Ah, haben wir ein Doppelwort gestellt. Ja, oh. Geht schon, alles easy. Passt auf, passt auf. Was ist denn das, wenn der mich markiert? Oh, Chimera pusht wieder rechts. Nö. Aber unser Chimera kann da ja treffen. Wenn er sich bewegen würde. Hier sind zwei. Musch mal, push mal die Mitte. Was ist mit Camera? Irgendwie auf K. Jetzt bewegt er sich wieder. Die kommen zu Raptoren zu mir. Oh, Hilfe. Ja, ich kann ulten. Alter. Die haben alle Raptoren bekommen. Hier ist Morigash. Er ist geslowt. Komm, spring ihn an, spring ihn an, spring ihn an. Jawohl. Sehr schön. Weiter pushen, wir haben Minions. Auf den Tower. Und ein Rad rausgehen. Ja, lol, Alter. Hä, wo sind denn die Minions? Ja. Will ich mich hier opfern? Achtung, irgendwas kommt von links. Egal. Wir machen den T2. Wir müssen dann gleich den Core deffen. Wir gehen auf den In-Hip. Oder nein, komm, wir machen Morb. Morb. Morb ist gut. Oh, shit. Die pushen alle. Ich muss noch op machen. Oop. Ja. Nein. Oh, die Minions, Alter. Ich gehe links treffen. Ja. Wir können Mitte irgendwas machen. Was kaufe ich mir denn? Dickblut? Hm. Muss die beiden links. Ich bin auf dem Weg. Amara. Ich gehe mit da hin. Wir sind hier zu dritt jetzt, okay. Okay, nee. Nee. Nee, lass drück zurück. Okay, kein Mero kommt noch. Wir sollen einfach nur ein bisschen belagern. Ich bringe die Minions rechts mit. Hm. Ja, komm, geht nach vorne. Geht nach vorne. Cameras rechts. Hm. Bist du vorne dabei? Bei mir. Ihr müsst rein jetzt. Druck machen. Druck, Druck, Druck. Inip. Mach den Inip. Keine Minions. Alter. Die kommen jetzt aber. Jetzt. Oh, ey. Ulti. Alter. Durch mein Schild genupt. Ey. Fick dich. Warum lasst ihr euch denn alle quieseln? Na, das ist eine gute Frage, man. Ja. Äh. Nein. Drei Sekunden. Zwei. Eins. Nein, ich krieg ihn nicht. Der Ulti raus. Egal, ich mach mir Druck. Wir müssen deffen. Ja. Hier, die Fall, Alter. Ich hab hier einen Black-Buff im Angebot. Was für Black-Buff? Nee, doch. Neben mir ist ein Black-Buff. Na, jetzt ist Blue. WTF. LOL. Der war gerade noch Blue. Alter, WTF. Ich hab irgendwas falsch gebaut. Links war jemand. Ich hab irgendwas falsch gebaut, Alter. Ich weiß aber nicht was. Ich weiß es auch, nicht? Egal, lassen wir es so. Da kann ich noch einen Stase reinpacken. Ups. Jetzt einfach die Mitte pressuren. Ja. Ich hab Ulti. Eine Sekunde. Au. Alter, was macht ihr da links? Nix Gutes auf jeden Fall. Nein, wir holen den Ende. Nein, wir holen den Ende. Hier hab ich aber was komisches gebaut, glaube ich. Nee. Ah, den. Ja. So, und jetzt warten wir, bis wir alle wieder da sind. Wir halten die schön klein. Ruh, Kauitzer. Ruh, Kau, Ab. Riverbuzz. Ja, Riverbuzz, genau. Da ist ein Blackie. Dann schnapp ich mehr. Wie viel noch zu Orb? Schau noch, ne? Ich hab auch kein Wort mehr. So, und jetzt versammeln, Alter. Mhm. Oder wir warten, bis Orb kommt. Das wär eigentlich noch safer. Hm. Warte mal, bis alle hier sind. Alter. Warte, wie er weggeplatzt ist. Ist geslowt. Ich bin geroutet. Hinter mir, hinter mir. Gibt's nicht. Komm mal zurück, wir sind zu zweit gegen fünf. Ja, Camera kommt auch. Die sind doch alle fast da. Aber. Okay, drauf. Alter, wie weit ich weg fliege wegen der Mine. Hm, Achtung, Multi. Hab leider nichts gehabt, sorry. Ich hab noch einen. Auf den Chor. Mach ihn. Quiesel Tonys. So, ob die hast du gesehen, so spielt man, so spielt man den Greystone. Easy. Einfach, ich hab drei Inips geholt, Alter. Drei Inips. Zack, gewonnen. Ach, Mann, die schöne Runde hier. Gut, ich bin jetzt aber auch mal raus, ich hab morgen Frühschicht. Ja, ich mach glaub eine. Alles klar.